Hallo zurück bei GTA 5 mein Name ist Cashew und ja ich bin frisch geduscht Franklin ist es noch nicht draußen in München ist warm wie die Hölle ähm es ist jetzt kurz nach 12 und ich musste ähm wir mussten wieder reingehen weil man das Annalisa nicht mehr ausgehalten hat und ja ne hier wollte ich gar nicht hin und zwar ja Franklin soll sich mal auch duschen gehen deshalb werde ich mal zu Trevor boah scheiß Wasser jetzt stößt es mir auf ey immer im falschen Moment kann ich jetzt nicht ändern oh äh wer hat denn da gerade geriet so Karte aber auch Trevor hat jetzt nicht wirklich was zu erledigen Rande und Freaks hat er ah ok schon mal weiter auf Mikey und ja ich werde mich jetzt äh heute dann noch hinsetzen also am Sonntag und werde ähm einen Plan machen bis zum nächsten Mal aber ich muss mich jetzt nicht mehr es ist ein Klassiker tschui hallo Redskin seid ihr auf der wronge das ist warum ich nicht TV noch nicht ich habe die klatschen und die Kastung ja du weißt ich sage Yoga ist all die Therapie die ich brauche viele von uns braucht oh er ist hier muss ich gehen ja du hast Yoga ich habe Whisky und Guncrime So haben wir alle was So, ich dachte, jetzt startet eine Mission Tut's aber nicht Deshalb können wir raus Auto ist weg Die Geschichte ist geschrieben von dem Leben, okay? Wir können die meisten auf Agent Sanchez Ich verstehe diese Geschichte richtig und die Agency und Büro wird zurückgekehrt Das Problem, die wir mit uns beschäftigen müssen, ist Trevor Trevor? Warum? Try Meriweather, Chinesis Gangsters, General Insanity, und so weiter Ich kann Steve schreien, dass du kontrollierst, aber nicht Trevor Steve? Er ist unser Wounded Hero gerade jetzt Ich muss ihn aufzuhren, ihn aufzuhren, ihn aufzuhren Just get me out Oh, nein Trevor wird auf jeden Fall nicht gekillt, nicht von mir Warum, wo sind jetzt schwer die Autos hin? Kann doch nicht sein Oder was? Was? Krass Ja, ähm Dann fahr ich zu Salomon Und ja, Trevor wird auf jeden Fall nicht gekillt, nicht von mir und auch nicht von Frankie Also solange ich das in der Hand hab, äh, kill ich die nicht So viel steht fest Aber, ähm, um jetzt hier nicht lange rumzufahren Big Punkt Und dann Abzug ist es schwer Wow Eine ganze Menge Die Felgen alleine sind schutzmaßig tausendpferd Und ja, den Steve Ich denke mal, jetzt, äh Wir werden den wahrscheinlich Ja, hab ich gar nicht rumsehen Wir werden den wahrscheinlich, ähm Killen müssen Um Ja, keine Ahnung Die Schulter irgendwie Also, dass, dass, dass wir Trevor nicht umbringen müssen Aufgeladen Er steht auf dem behinderten Parkplatz, ey Der richtig coole Autos, ey Hey, Salomon Verbesserst dich aber Ja, Ablaufplan Äh, erzähl ihr euch dann Hab ich Aber ich, ich hab Sonnenstich, glaube ich Hallo, hallo Good to see you, Slick Devin The hell are you doing here It's over, Michael You're doing good, kid You kept this bullshit up long enough to help me trigger A fantastic insurance payout when the plug is pulled I love you You're, you're like my spirit brother now Where's Solomon He's out getting the negatives of the film, whatever the fuck it is The last dinosaur in town is about to get Get fossilized What are you talking about? Look, the movie's nearly done So if the plug's pulled now The investors, meaning us Get a massive insurance payout Meanwhile, I can use that To get the other major shareholder The old bastard's idiot son To agree to tear this relic down And let me redevelop the area for condos And in this economy The city's gonna let me build tax-free I might even get some rebates It is a brilliant thing And it is all thanks to you And Molly's eye for the details of the insurance policy Michael, they're fucking us The suits And they don't even wear suits Wolves and turds clothing Try not to take it too badly, Mr. Richards Were you ever a human being? Look, people used to like films Now they like what? Videoing themselves? Beating off on their iFruit phones? Don't blame me I'm a very spiritual person I feel badly about this But evolution is evolution Gentlemen, Molly Namaste Can I take the film now, Mr. Richards? My plane leaves in 25 minutes Can't we do something? At least let me finish the picture Then close the place down I'm afraid our timetable doesn't allow for that Goodbye, Mr. Richards Where the hell is she going with that movie? She is taking the only copy offshore Somewhere nice and discreet Analog God, it's certainly got its complications Michael, can you do something? No, he can't do anything, pal It's an inevitability My wife got screwed by a yogi And now I'm getting screwed by a yogi? Fuck that! I'm a producer! Nobody fucks with my film! Ah! Dun dun Get to the airport And talk to her That's it No, please So Oh Gott, Sam Mach die Karre an, ey Mann Für die Astronauten wollen die nicht Mach da nicht mal auf So, wir holen uns den Film wieder Ich hab's selber gehört Er ist der Pumser Huh? Slow it down, Slick You're not thinking Hey, I'm a producer I'm producing the goods Don't do this, Slick Think She's got a police escort She's on the way to my personal hangar Security at the airport Work for me I just want to get the film back Before she does anything rash with it Molly's highly strong She's not gonna stop and talk it out With a deranged killer chasing after her That ain't who I am Today Look, I don't want to hurt anyone I just want to get my movie Slow down and use your brain Fun time is over Oh my So, da kommt einiges auf und zu Privater Hangar Sicherheitsleute, alle arbeiten für den Arsch Boah, der Sound, Mann Der macht so an Ich weiß nicht, ich dachte Ich kann Vor ihm ein Einscheren Oh Mann Denn Was war ich mit der scheiß Kamera? There is no need to drive erratically Please calm down The Devon-Weston hangar Was back there on your left I've got eyes Oh Fuck Whoa Woohoo Geil, Mann Aber normalerweise haben die nicht Aber normalerweise haben die nicht Geil, Mann Und dann Jetzt muss die nochazukbank Müllungen Wohh, fuck Und dann Juhu Was? Michotts? Zeig dir wer hier Michotts ist So, was du hast du mich? Es ist ein pf***** singing Juhu Je k&l Je k&l Ich k&l Juhu Ich finde ich BK UnmЭnt Du Lass verdammt das sei ja keine gute Idee und noch gegen Peiler gesprungen und noch gegen Peiler Ich habe das, was ich kam für Ich bin weg! Trespassin! Das ist das, was du auf mich hast Ich werde dich Hey, ich bin nur ein Wissen, okay? Sie ist die, die hinter mir Polizisten, freeze! Hey, ich habe nichts gemacht All das mayhem hat nichts mit mir Sorry Kann ich mit dem Ding hier fliegen? Wäre natürlich ne riese Sache Ausfliegen werde ich es mal Ich bin nur ein Wissen, okay? Ich bin nur ein Wissen, okay? Ich bin ein Wissen Sie ist die hinter mir Ich bin nur ein Wissen Ich bin nur ein Wissen Up one Ein Wissen Ja, wir haben es ja verstanden. Fackt mal. Nein. Scheiße. Aber da kann ich rein. Wird ich wieder ein bisschen schlauer. Okay. Was ist das? So, Mikey Airlines 127 hebt ab. Geil mann, lautet es auch noch unser versenktes Schiff, ey, das haben sie auch noch nicht für seitig, jetzt muss ich mal gucken, ob ich richtig fett auf einer Straße landen kann, wahrscheinlich schmier ich ab, oder? Das ist schon. Langemacht, das Ding hier nicht mehr. Achtung, speichern. Spannend. Nein! Ich wollte da landen. Publizierte Geschichte hier. Stimmt. Ja. Hat er alleine gelandet? Ist er alleine gelandet? Hey, Jim. Dad? Why didn't you tell us about the premiere? Mom and Tracer are like freaking out trying to get ready for the red carpet. Oh, yeah. Shit. Sorry. I should have given you more warning. You kind of crept up on me. Have you actually got a tux? No. I gotta pick one up at Ponsonby's. Hey, meet me there. We'll go together. Wow! Premiere? Yeah. Müsst zu Ponson. Oh, jeez. Don't act like a tough guy. You can have it. This is not me. This is not me. This is not me. This is not me. Ricky from Life Invader. Bro, I know you'll find this hard to believe, but it's kind of difficult for someone with a middle of middling GPA and bad references. Don't do this to me! That asshole just robbed! Oh, I have no time here. There's Poison there. There's Poison there. Poison. That's not me. Boom man! Huh? Poison! Da! Wo sind's? Da! 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 Was hat er denn den? Winko hat leider nicht das, was wir brauchen Bei Poisons finde ich Wahrscheinlich auch noch Passendes Auto Kann er ja nicht mit dem Ding davor fahren Zur eigenen ersten Premiere Wollen wir uns nicht entgehen lassen Dann wollen wir auch Standes gemäß vorfahren So Poison Scheiße hier Okay, für noch kein Auto Erstmal noch nicht Anzüge Ne, nicht Telefon, Anzüge Booking gibt's hier gar nicht Ja so So altweißer Anzug Nein Wir wollen keinen Anzug Wir nehmen Ein Smoking haben sie hier gar nicht Noch Weihnachtsblau Ich nehm das Gab's hier nicht, oder? Ah, hier ist Smoking Charter? you have good taste gott eh schade dass ich hier keine smokings holen kann wie sie da auch hängen müssen wir mit dem sportsakko gehen hab grad johle hat auch immer ein sportsakko an so und jetzt muss ich den typen abholen oder was mein sohn was schon ist nicht optimal so und setz ich mir mal wieder ne ding gar nicht weit weg von mikey denn denk ich mal muss ich da hin so 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 Ja klar Verdammt Hab ich jetzt völlig verpeilt Ich muss gehen. Ich habe dann über dich gesprochen. Ja hier Okay Ich mag irgendwelche Wein, ich glaube. Ich bin nicht so groß. Ich bin so groß. Ja sicher, Herr. Richtig mit Jimmy Hab ich es falsch gemacht? Geh in die Backup! Jimmy Hey, wir sind hier. Ja, wir haben das. Wir haben das. Ich bin so großartige, Jumbo. Das war ihm so großartige. Ja, wir kommen. Ja, wir kommen noch. Ja, ich würde. Ja, ich würde. Ja, ich bin ein Filmproducer. Ja, dann bin ich ein Filmproducer. Jimmy, zurück zurück. Das macht mich ein Filmproducer. Jimmy! I'm gonna ride out the next two recessions without ever having to work. And I'm gonna get a sports car and a drug habit before appearing on Reality Rehab Show. And then I'm gonna sell my story and become really judgmental. And I'm gonna use all the contacts I make in treatment programs to become a producer, too. And I'm gonna make even shittier movies than my dad does, because I don't care about movies like him. For me, it's just an opportunity thing. Woo! Yeah! You see the stizz-ass losers? Jizzle in the movie, Bizzle! Hear that, Vinewood? You hear that, Vinewood? Hey, I hear it, and I don't like it. We're going to the Oriental Theater on Vinewood Boulevard! Get back down here! And not to, like, gawk at celebrities from behind the barrier. We're actually, like, properly invited. V to the I to the P! Jimmy! Read my Necros! Entitled! E-N-T! Uh...titled! Cause I am... Jimmy! Oh, Pop, chill. I'm done spraying this shizzle. Let's take a drink. Jimmy, shut up a second. Hey, Devin. Look. I need to say about Molly, man. I'm sorry. But I didn't do it. I told you to slow it down, slick. It was an accident. I was there, but I had nothing to do with it. Sure, yeah, hey. You made a fool out of me, Michael. And that is something I'm not gonna forget. Look, Devin. I said I'm sorry. I feel bad for you. But you don't threaten me. Cause this movie's happening, alright? So let's just calm down and try to be friends again. Oh, absolutely, Slink. Forgive and forget. Namaste! Hey, we're here! Hey, we're here! Hey, we're here! Hey, we're here! Hey, you know. I'm really proud even though you did make a pretty shitty movie. Well, thank you, Jim. Where are the girls? They're at home, you know. They'll express their pride by showing up their life. Of course, they will. They both did their piece, and they both got it done. And I think I'll say that they were- Best desired. Thanks, Antonio. Give me nice and tight. Hey, it's Lazlo on the red carpet of Meltdown. Some big stars. Some beautiful dresses. We're gonna see some side boo tonight. Come on! We did it! Salma! We fucking did it! Fucking A! Fuck you, Fate! I may be a lecherous old has-been, but I'm a has-been with a premiere at the Oriental Theater on Vinewood Boulevard. I see you in there, kid. Hey, thanks. Enjoy the picture, everyone! Mr. Richard! Mr. Richard, hi. If I could just bother you for a second. Um, I'm Lazlo from, uh, Famer Shame. Um, but I do some acting on the side. I was wondering if, uh- Oh, yeah, of course. You should come see me, kid. I think I got a project that would be perfect for you. Oh, that's fantastic. It's called The Closet. Really modern stuff! Ha, ha, ha! Pervert. Come on. No, 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 no! She's lying, okay? I never had surgery. Come on. Milton, Milton, hi. Sorry to bother you. Quick question. Get in here tight. Um, love, love, loved the movie. Well, thank you so much. I appreciate it. When- When you were that polar bear, and you had to eat your baby, I mean, that was- Alright, Jesus Christ. That was emotional, Sticky. I just have a hug. That really affected me. Alright, I gotta go. Thank you so much. Excuse me. Excuse me. Come on. Come on, let's get in there. Ah, Lazlo. Oh, shit. Come on, shit dick. What the hell is she? Looks like she stood you up. Hey! Hope I'm not too late. I wouldn't miss this for the world. Devin, the fuck are you doing here? Hey, what a movie, huh? Meltdown. Congratulations, Mikey. We did it. Hey, let's get a picture, huh? You, me, the proud producer. Such a pleasure working with you. You see? I was here. Unlike your wife. Seems to be stuck at home. You twisted fuck. You're a dead man. Let's go, Jim. Come on. Oh, fuck. What's happening? Where's mom? The girls are in danger. We gotta get to the house. Fuck it. What happened? I don't know. This rich asshole is pissed off at me because I didn't shit can the movie. And then his lawyer died and he just told me he's gonna hurt your mom. You killed his lawyer? And now he's gonna kill mom and Tracy? He ain't gonna do anything if I gotta say in it. What? You fucking killed his lawyer? No, I didn't. It was an accident. I would never do anything to put you in danger. Shit. All right. Okay. They'll be fine. They're tough. This is just a movie guy, right? He's not a gangster or anything. No, he's not a gangster. He's just extremely rich. He says he's got all of these connections. I'm sure it's just talk. I'm sure it's just talk. Ack man. Fuck. Fuck. That's not a family car. All right, Jimmy. You gotta hide. I'm gonna find the girls. The fuck are you doing? One of them's in with Tracy. We gotta get in there, Michael. He's in there with our girl. Mom, Dad. Fuck. Stop it. Do something. Help me, Daddy. Help me. Fucking animals. Be quiet. Please, help me. Stop it. I love you. I can't stand this. Help me. I'm gonna find them. Okay. I'm gonna find them. He's in there with our girl. Mom. Dad. Fuck. Come on. Fuck. 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 Let's go. Fuck. 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 Okay, okay, you two stay here, keep your heads down. Be safe, baby. Don't you worry about me. Clear the building! No one leaves! Frag out! Cover back! I need cover! Not yet! Stay put! I don't like this, Michael! Neither do I. Just keep calm. Finish them all with any cover! Stand or not! Give me some cover! Ha! Just this. Bend over, here it comes! You dirtbag! I'm fine, Trace. Just stay down, sweetie. You're on my property, assholes! We got a man down! Get out of my yard! Woah! God, now they're already coming to me home. Trace! Amanda! I think they're gone! Damn, I got you, you dick! No, it's not. What was that? Someone there? I'm gonna start shooting! Fuck, fuck! Yeah, you like that, don't you, huh? Take it off! Get the fuck off me! You thought it was on that guy! So you sit on his face? It's called tea-bagging? Hehehehehe 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 Oh man! Bestanden! Der Zusammenbruch! Weiter! Ja. wir wollen der Reihe vor gibt es in die Haare das die Strecke ein alles klar jetzt wird es heikel versteckt man hier die wissen ja nie wer uns alles beobachtet ja mal im Ernst es wird jetzt noch mal spannend und ich freue mich auf die Swip Club und auf das was dann da kommt bis dahin sage ich ciao ich hoffe euch hat es gefallen lasst mir ein Like da wenn es ist und ansonsten sehen wir uns morgen wieder macht es gut macht es besser ciao euer Cashew